Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Real Life Story hier bei mir auf dem Kanal. Heute wird es sportlich und es geht los. Es war so ungefähr zu der Zeit, als ich in der A-Jugend Fußball gespielt habe. Also es war noch die A-Jugend, das weiß ich noch. Und wir hatten ein Auswärtsspiel. Bis dahin kriege ich es auch noch zusammen. Und ich habe jetzt keine Erinnerung mehr daran, wie das Spiel ausgegangen ist oder wie es in dem Moment, wo das, was ich euch gleich erzähle, passiert ist. Und überhaupt so über das Spiel weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Aber diese eine Situation im Spiel, die werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht mehr vergessen. Ich habe damals noch im Sturm gespielt und kriege einen ganz, ganz, ganz langen Ball. Einen Befreiungsschlag oder einfach nur mal eine versuchte Flanke aus der Verteidigung raus oder eine versuchte Vorlage. Auf jeden Fall lang, das Ding. Und der wurde immer länger und länger. Und ich denke nur noch, oh Mann, der kommt jetzt richtig lang. Der kommt richtig lang. Also ich den Turbo rein und mit Warp 6 hinterher. Das Ding prallt so 7, 8 Meter vorm Strafraum nochmal auf. Und das war Kunstrasen. Das heißt, der springt auch nochmal richtig schön hoch. Ich hinterher, hinter der Pille. Und sehe dann schon so im Augenwinkel den Verteidiger von rechts ankommen. Und ich ziehe nochmal ein bisschen an. Und der Ball kommt runter. Und als der Ball so ungefähr auf Schulterhöhe war, lege ich mir den so mit der Stirn nochmal so ein kleines Stück nach vorne, so 2, 3 Meter in den Strafraum rein. Und wäre das gut gegangen, hätte ich blank vor der Kiste gestanden und hätte mir mal locker die Ecke aussuchen können. Aber ihr wisst ja, wie das so ist, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, plötzlich schnipp, Lichter aus, Sternenhimmel an. Als ich dann wieder zu mir gekommen bin, lag ich schon am Spielfeldrand. Gesicht blutüberströmt, mir total mal in eine Rübe. Mir tat die ganze Fresse weh. Der Arzt war auch schon da um mich rumgewuselt, totale Panik. Der Verteidiger hat sich gedacht, das Ding pölzte da hinten jetzt einfach mal raus. Der wollte das Ding hinten einfach rauskloppen. Und das war ja nur nicht so, dass mein Kopf zu weit runter war. Wie gesagt, der Ball war ungefähr auf Schulterhöhe. Und ich habe den Kopf eigentlich nur so ein Stück nach vorne gemacht, um ihn mir mit der Stirn in den Strafraum reinzulegen. Ist also nicht die typische Situation gewesen, wo ich den Kopf zu tief hatte. Sondern eher so, er hatte den Fuß viel zu hoch. Hat mir voll ins Gesicht getreten. Habe ein bisschen Glück dabei gehabt, nichts gebrochen oder so. Aber ich habe natürlich geblutet wie ein Schwein. Totale Fresse tat wochenlang, habe ich das noch gemerkt. Und Trikot war natürlich versaut. Und alle erstmal total panisch gewesen. Da hat es mich total ausgenockt. Also da war ich völlig weg. Habe natürlich nicht weiter gespielt. Bin natürlich ausgewechselt worden. Arzt war wie gesagt auch schon da. Habe keine schweren Schäden davon getragen. Aber das ist so eine typische Situation. Fußballer werden das kennen. Oder generell Sportler. Das ist so eine typische Situation, die man nicht mehr vergisst. Man vergisst alles andere von dem Spiel. Aber nicht so eine Situation. Weil das sind so eine Dinger, die nageln sich im Hirn fest. Die kriegst du da auch nicht mehr raus. Ja, das war auf jeden Fall mal schmerzhaft. Aber doch irgendwie erinnerungswürdig. Und im Nachhinein lacht man natürlich über so eine Situation. Aber, ne, ist halt auch so ein Ding, wo ich mir sage, muss ich nicht noch ein zweites Mal haben. In diesem Sinne soll es das jetzt diesmal gewesen sein mit der Real Life Story. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Erzählt mir doch mal eure Real Life Stories in den Kommentaren, wenn ihr ähnliche oder vielleicht ganz andere erlebt habt. Bin auf jeden Fall gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.